Matthias Reim, er hatte drei Ehen und bereits sieben Kinder. Aber er hat mir persönlich erzählt vor kurzem, ich bin noch niemals in einem Rettungswagen gewesen. Das hat er jetzt kurzerhand geändert. Er stieg in einen Rettungswagen und ließ sich verarzten. Natürlich nur für eine Rettungsübung. Aber er sagte mir, es war eine sehr coole Erfahrung, das habe ich mir schon immer gewünscht. Er sagt, ich bin schon in einem Alter, wo man nicht weiß, ob man den Rettungswagen nicht doch einmal braucht. Gut zu wissen, wo die einzelnen Dinge im Rettungswagen verstaut sind. Gut zu wissen, was ich bin schon in einem Rettungswagen.